Servus, ich bin der Philipp, mache als Karosseriebautechniker bei der Firma Huber in Braum. Autos haben mich schon immer begeistert und ich finde es cool, wenn man am Ende vom Tag sieht, was man alles geschaffen hat. Von der Montage von der Stoßstange über das Schleifen von der Tür ist man überall dabei. Was uns von anderen Firmen abhebt, ist die eigene Blechbearbeitung im Haus, wo wir die Bleche für die Aufbauten vorbereiten. Hallo, ich bin der Michel und mache eine Lehre als Karosseriebautechniker. Wir haben die Farben und die Lackierung von Oldtimer und Vorzeigen schon immer interessiert und habe mich für den Lehrberuf entschieden. Bevor es ans Lackieren geht, wird die richtige Farbe ausgewählt und dann in der Lackierkammer abgemischt. Die vorbereiteten Teile kommen in die Lackierbox und dann geht es schon ans Lackieren. Wenn dir unser Lehrberuf interessiert, dann komm vorbei zum Schnuptern. Wir freuen uns auf die. Bis zum nächsten Mal.